Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen in diesem Dienstag, dem 17. August 2021. Ihr hört die Geek Talk Daily 1063. Heute mit den folgenden Themen. Tigerbox, Amazon Prime, OneMove, IKEA AskVader und Mela. Zuerst starten wir mit der Tigerbox. Das ist eine coole kleine Box, welche meine Mädels auch haben. Auf der man Streaming-Inhalte konsumieren kann. Und zwar kindergerechte Musik und Hörbücher für Kinder. Schön assortiert und eben dediziert, dass man es nur so hören kann. Anstatt dass sie CDs verkratzen oder die alten Kassetten vom Papa ausleiern. Können sie das alles in digital mit einem Touchscreen einfach im Kinderzimmer machen. Und der Papa muss sich da keine Sorgen machen. Das Ganze lässt sich mit Karten bestücken, wo dann einzelne Musikstücke oder eben Hörbücher vor allem drauf sind. Oder man abonniert einfach einen Streaming-Service für die Kleinen, womit sie dann eben die eigenen Geschichten anhören können. Und der Umfang da wurde ziemlich heftig aufgebohrt. Also um 4000 Titel. Nämlich ist Sony Music eingestiegen und hat sich an dem Projekt beteiligt. Damit baut man das Kids Entertainment Sortiment aus und bringt eben knapp, äh, was waren es, glaube ich, um die 4000 zusätzliche Titel mit in die Tiger Tones App und somit eben auch auf die Box. Finde ich cool. Wer das genauer wissen möchte und die Box noch nicht kennt, in den Shownotes auf daily.tiktok.ch oder im Podcatcher eures Vertrauens findet ihr einen Link zu meinem Testbericht, den ich vor, ich glaube ich, schon zwei Jahren geschrieben habe. Aber kann ich immer noch so unterschreiben. Ein sehr, sehr praktisches Teil. Weiter geht es mit Amazon Prime und dem Weltraumflug von Jeff Bezos. Dieser lustige Knilch hat nämlich erzählt, oder hat sich besser gesagt bedankt, dass er dank den Amazon Prime Kunden sich den Weltallflug habe leisten können. Und das hat anscheinend ganz fleissig zu Kündigungen geführt, wo Leute, äh, ja, dem lieben Herrn Bezos oder besser gesagt seiner ehemaligen Bude den Rücken gekehrt haben. Weil das ist schon ein bisschen, ja, ich meine, vielen Menschen geht es aktuell nicht so gut auf diesem Planeten, dann sollte man nicht noch mehr so angeben. Aber ja, kann man machen. Auch machen kann man das neueste Werbevideo von OneMove anschauen. Super Deutsch wieder, aber, ähm, ja, klickt mal im Link auf die Shownotes. Ich finde es sehr toll, aufwendig gemacht und alles drum und dran. Geht vom Prinzip her in eine ähnliche Richtung wie die Werbung, die sie vor einem Jahr schon mal gemacht haben, die dann unter anderem, ich glaube vor allem in Frankreich, gesperrt wurden. Das Video- oder Werbeclip wurde damals zensiert, weil sich diverse Automarken daran gestört haben. Nicht, also, es ist nicht so, dass OneMove gezielten Autohersteller angegangen hätte, aber es ging um das Klima der Angst, welche das niederländische Unternehmen damit geschürt hat. Ich finde es ein witziges Video, kann man auf jeden Fall anschauen. Dann gibt es, ach ja, wieder mal ein neues Gadget und wieder mal von Ikea. Ja, aufgetaucht in, ich glaube, Schweden, irgendwo im Norden ist es schon aufgetaucht. Dänemark und Schweden, genau, in den Ikea-Shops. Und was ist das? Es ist eine Steckdose und zwar eine Mehrfachsteckdose. Jetzt denkt sich der eine oder andere sicherlich, hm, kenne ich doch, habe ich auch schon sogar in der Ikea gekauft. Ja, das gibt es. Aber das ist eine modulare Mehrfachsteckdose. Braucht ihr einen Steckplatz, dann steckt ihr ein Modul an. Braucht ihr zwei, dann zwei, braucht ihr drei, dann drei und so weiter und so fort. Ich finde das cool und freue mich oder besser gesagt hoffe, dass da auch eine Schweizer Version davon kommen wird, weil das Ganze lässt sich auch in das Ikea Smart Home App einbinden und ich gehe mal ziemlich dezent davon aus, dass es dann schlussendlich auch in HomeKit landen könnte. Ist noch nicht bestätigt, aber ich könnte es mir hoffen. Ich hoffe es. So rum muss ich sagen. Dann gibt es zu guter Letzt noch ein Thema und das ist Mela. Genau, Mela. Wer kennt die Reader App? Jemand, der Podcast hört, kennt sicherlich RSS Feeds. Das ist die Basis eines jeden Podcasts. Und dafür gibt es App, um die, also jetzt nicht für einen Podcast, aber für einen RSS Feed, um News darüber zu konsumieren oder alles Mögliche aus dem Internet. Und eine dieser Apps, die das kann, und zwar die schönste, ist die Reader App, die von einem Schweizer Entwickler kommt und der hat jetzt eine neue App auf den Markt geschmissen. Und das ist ein Rezeptmanager. Vor kurzem habe ich im Pockepc.ch-Blog schon eine solche vorgestellt. Diese übertrifft aber das Ganze jetzt noch. Optisch ist sie schicker gehalten. Dazu kommt noch, dass sie auf dem iMac, oder auf dem Mac generell, auf dem iPad und auf dem iPhone läuft, über iCloud sich synkt und zwar verschlüsselt und dass sie keine Daten sammelt von den jeweiligen Nutzern. Dafür kostet sie einen kleinen Eintrittsbonus, aber den sollte man bereit sein zu zahlen, denn ihr bekommt da wirklich eine ganz coole App, worüber ihr auch Rezepte importieren könnt. Und noch viel cooler, kommt ja vom Macher des RSS Feeds, Reader, ihr könnt auch eure Lieblingsrezept-Blogs direkt da drin abonnieren und habt dann die jeweiligen Rezepte direkt in eure Rezepte-App. Wie cool ist das denn, dass da nach vorne noch niemand draufgekommen ist? Gratulation. Und ja, probiert sie mal aus, wenn ihr Feedback dazu habt, gerne über die bekannten Quellen. Und ich bedanke mich beim John Macintosh, denn der hat mich heute unter anderem auf die App aufmerksam gemacht. Dankeschön. Ja, dann würde ich doch sagen, euch noch einen schönen und erfolgreichen Tag und wenn ihr mögt, gerne morgen wieder. Bis dann, euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk. Hört mehr Geek Talk.